Ein Jahr nachdem der Stadtrat beschlossen hat, dass bis zum Jahr 2015 insgesamt 1500 neue Wohnungen in Jena entstehen sollen, zog Oberbürgermeister Albrecht Schröter heute eine erste Bilanz. Er verkündete, dass der angespannte Jena-Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren definitiv entlastet wird. Die Wohnungsnot in Jena ist groß, das gibt Oberbürgermeister Dr. Albrecht Schröter ehrlich zu. In der Praxis findet aber momentan und auch in Zukunft ein Wachstum an Wohnraum statt, das den Markt in den kommenden Jahren erheblich entlasten wird. Vorausgegangen ist ein Stadtratsbeschluss vom Juni 2011. Darin wurde festgelegt, dass bis zum Jahr 2015 insgesamt 1500 neue Wohnungen in Jena entstehen sollen. Zum heutigen Zeitpunkt kann man aber schon abschätzen, dass dieses Ziel erreicht und sogar überboten wird. 2.200 Wohnungen werden in den kommenden dreieinhalb Jahren gebaut. Wir haben Flächen ausgewiesen, etwa Hamburger Straße, Eichplatz ist so ein Beispiel, Friedensberg, Hausberg und andere. Wir haben auch bei Lückenbebauungen auch sehr schnell und sehr unbürokratisch, soweit es im Rahmen des Baurechts natürlich unbürokratisch geht, aber doch sehr flexibel reagiert, haben Genehmigungen erteilt und Projekte auch befördert. Die Verwaltung arbeitet hier sehr zügig und sehr schnell und gemeinsam mit der Nachfrage, dem guten Willen der Bauträger und einem schnellen Genehmigungsverfahren, haben wir jetzt tatsächlich einen Schwung in dieser Frage bekommen, den wir so vorher nicht hatten. So werden jetzt schon an einigen Ecken in Jena neue Wohnhäuser gebaut. Allein in Innenstadtnähe entstehen in der Westbahnhofstraße 81 Wohneinheiten, in den Sonnenhöfen 29 und am Bibliotheksweg 20 Wohnungen. Der größte Brocken kommt aber aus Lobeda. Dort wird das alte Arbeitsamt in der Fritz-Ritter-Straße zum Mietshaus mit 518 Wohnungen. In der Kamburger Straße entsteht gleich ein ganzes neues Wohngebiet. Auf der Freifläche der ehemaligen Sowjetkaserne bauen die WG Carl Zeiss, die WG Saaletal, die Firma Healthgarden und Jena wohnen über 300 Wohnungen. Stichwort Jena-Wohnen. Das größte Jenaer Wohnungsunternehmen wird an verschiedenen Standorten allein bis 2015 375 neue Wohnungen bauen. Gute Nachrichten gibt es auch für die Jenaer Studentenschaft. In der Moritz-Seebeck-Straße gibt es 70 neue Betten, in der Zetkin-Straße 150, in der Lutherstraße entstehen 75 neue Wohnheimplätze und die Geraer Wohnungsgenossenschaft baut in der Kamburger Straße momentan ein Haus mit 110 Betten. Albrecht Schröter ist durchaus zufrieden mit dem Bauboom in Jena. Durch die Übererfüllung des Plans sieht er die Stadt auch gerüstet für einen Bevölkerungszuwachs.